Willkommen zurück im Aufzug mit unserem treuen Freund, dem Navigationsmarker. Den ich natürlich voll absichtlich passiert habe und nicht versehentlich, weil ich das MVKs nicht getroffen habe. Jo, also Kenner merken vielleicht, dass der Sound jetzt komplett anders ist. Ja, es sind Sachen und Dinge passiert. Wir mussten, meine ich, die Energiezelle von irgendwo hier unten holen, irgendwie aus dem Antrieb. Äh, ja, jetzt habe ich drauf umgezeigt und nicht nachgesehen, wo ich lang muss. Also rechts, da, 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 okay. Ach, schauen wir mal. Und vor allem hoffen wir, dass wir überleben. Oh. Wird unwahrscheinlich. Ich habe irgendwie gerade mal was zu schießen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist halt einfach gerade so. Du darfst die Dose gerne treten. Dankeschön. Wer war ich eigentlich? Hatte ich einen Namen? So, Engine Core. Ja, irgendwie hier lang, ne? Genau, und hier brauche ich dann die Karte für. So, disklamiere, ich bin wieder vollkommen planlos, weil... Ist schon eine Weile her, dass ich es letztes Mal aufgenommen habe. Was voll und ganz zeitig, dass die Zermautoren gerade einfach nur nörderisch sind und ich mich nicht aufraffen kann, aufzunehmen, wenn es wirklich 25 Grad plus ist und feucht wie sonst was. Hm, die Chancen stehen gut. Ja. Ja, nach der letzten Folge... ...sollte einem dann das Glückwied etwas gewogen sein. Okay. Ich frage jetzt trotzdem, wo ist die Karte? Gut, da dachte ich, ich hätte ausnahmsweise mal einen Plan. Nö. Karte fehlt. Ist super. Dann hatten wir euch nicht so. Mal schauen, wo war ich denn überall schon. Also ich bin's gerade hier, nehme ich an. War dann da und war dann da oben. Möchte vielleicht zum Defense Array... Nein, logisch wäre es nicht, dass die... Hi. Achso, du bist eh. Deaktiviert. Ja, gut, dann halt nicht hacken. Hi. Heute nicht. Wie viel Munition habe ich? Ausreichend, denke ich. Und ansonsten habe ich immer noch die Shot. Doch. Wenn man nicht mal Körperschlüsse machen muss. Äh, nicht, ja. Nicht mal Kopfschüsse. Kopfschüsse machen muss. Körperschlüsse reichen. Ah, okay. Du bist nicht vom Security-Zeug betroffen. Okay. Ich möchte gerne hier rauf und hier rüber und danke. Äh, okay. Gut. Radioaktive Kern-Sprengköpfe. Warum auch immer wir nur Kern-Sprengköpfe haben, aber gut. Ist halt die hier in Gallo. Das ist ein Block. Das freut mich doch schon mal. Der Roboter-Ewinge, da ich ja immer noch keine QBR gefunden habe. Und im Zweifel, dass es auf diesem Level überhaupt eine QBR gibt. Nein. Ach, komm. Ich habe dir die Spritzen sowieso schon geschenkt bekommen. So, habe ich dir die Tür auf? Nein. Kann ich das hacken? Ja. Theoretisch. Ah, das muss ich reparieren vorher. Okay. Äh, ich glaube, ich ziehe mich lieber erstmal an meinen Aufzug zurück. Und höre mir das dann da. Alle Ruhe, bevor ich nochmal umgebracht werde. Das ist ja, glaube ich, schon mal passiert. Es passt nicht wirklich zusammen, dieses Aufzuggeräusche an diese Action-Geladen-Musik. Aber gut, was soll's. Ich habe gerade den Sicherheitskode für Utility Storage 5 hier auf Deck A geplantiert. Doug wollte es nachher testen, aber er hat nicht zurückgekommen. Du weißt, es scheint eher kalt zu sein. Ich denke, ich werde ihn aufhören. For the record, I changed the code to 14724. Gut, 1472, das wäre die Tür gewesen, da wo ich gerade war. Die Frage ist jetzt, finde ich den Weg zurück? Das ist eine gute Frage. Ah! Nein! Ah, ich war zu spät. Ähm, 14... Okay, ich muss das Ding also reparieren. Ähm, Upgrade-Einheiten, Upgrade-Einheiten, wo waren die doch mal? Ja, das kommt dann davon, wenn man viel rumhackt, um einen Plan zu haben. Ich laufe einfach mal ganz lischere vorbei. Nein, man schlägt nicht mit Crew, das hier ist nicht Borderlands. Wo war es hier die Tür? Jetzt war hier die Tür. Okay. Ähm, das ist die Karte, die ich brauche. Das ist super. Granatwerfer möchte ich immer noch nicht. Einfach, weil ich zu wenig am Zappelplatz habe. Gut, wobei... Ähm... Hm. Na. Lassen wir es, wie es ist. Gut, sonst ist hier nichts weiter von Interesse. Okay. Äh, was war es nochmal? Braunboost. Wo bin ich gerade? Ich glaube, ich müsste gerade hier sein. Das heißt, Power ist recht nah dran. Glaube ich zumindest. Hi. Nein, hier geht es zum Aufzug. Ah, hier Power? Irgendwie. Ne, hier ist Maintenance. Gut, geht auch. Dann gehe ich halt direkt hier hin. Hallo. Okay. Ich möchte speichern. Ich weiß nicht, was mich dazu verleitet, aber ich möchte gerade speichern. So, ich möchte auch eine Hypo einwerfen. Okay, du kannst also von da unten bis hier hochschmeißen. Das ist gut zu wissen. Möchte ich laden? Nein, eigentlich gerade nicht. Äh. Okay. Okay. Nein. Gut, ich glaube, jetzt möchte ich tatsächlich neu laden. Warum? Weil ich Wert auf Leben lege. Hier war doch irgendwo noch eine Security Station. Ne, ich brauche einen Tech Upgrade. Da war ich eine Security Station. Genau. Genau in die Verrechnung gelaufen. Superb. Hm, war ich jetzt? Ja. Security System offline. Nein. So. Der hat noch Zierretten. Okay, soll er Zierretten haben. Du hast nichts. Nur Shot und Lux. Ja. Stimmt, ich habe die ganzen... ...ass ich Shotgun-Munition liegen lassen. Hehe. Ja, ja. Frequenzfelder. Ulf. Roll sich vor dem Ulf. Wippa. So, habe ich was Besseres? Ne, Argon. Ich könnte es versuchen. Du bist auch schon auf Überlastung geschaltet. Ja, dich kann ich schon mal. Plätzen. Können wir so weit runterbringen, wie möglich. Braucht echt ne... ...exakt ne komplette Ladung. Wo soll ich... Ja, ich finde das einfach nur horrend eigentlich. Energie ist so nutzlos. So. Haben wir irgendwas von Interesse drin? Nein, natürlich nicht. Ah, doch. Graniten. Graniten beklage ich mich nicht. Okay. Das sieht erstens lecker, zweitens gesund aus. Leider springen. Warum auch nicht. Ist hier überhaupt wert? Ne. Sieht mir jetzt nicht so aus. Nur auf so einen Stahlsenerator. Brauche ich nicht unbedingt. Danke trotzdem. Dann such dir mal. Okay. Gut, dann wahrscheinlich da wieder hoch. Oder was? Ich habe doch eben noch ne Leiter. Oder bin ich jetzt total bescheuert? Ja, hier. Genau. Seitlich. So, du bist natürlich ein Schild. Habe ich irgendwelche Logs? Notizen. Kann ich das hacken? Nein, warum sollte ich auch... Hier ist auch nichts weiter. Also, wo war ich denn noch nicht? Ich war mal Aufzug, das ist klar. Ich war da vorne mit Defense Array. Da lag schon der Code hierfür, was ich wiederum brauchte. Also es ist unwahrscheinlich, dass da noch ein Code liegt. Der Power war auch nichts. Hier unten ist die Energie erschöpft. Und keine Ahnung. Hmm. Habe ich noch ne Log? Von Wörter. Oh. Tom, bitte sag mir, du bist noch alive. Ich muss raus aus dem Ort, bevor der wörterlose Mann zurückkommt. Alles ist gesperrt. Ich habe versucht, zu gehen nach der Shuttlebase, um zu sehen, ob ich ein Flugzeug aus hier auskommt. Aber die Türen schießen an alles, was bewegt. Ich habe ein paar Leute in der Halle gehört, aber ich war nicht sicher, ob sie noch Menschen waren. So, ich kam hier und... Security System online. Ich bin alive, Tom. ...police? Ich... ...was war das? Tom, ich denke, da waren wir nach Gästen. Der Typ, ich... ... ... Gut, dann bist du... ... ...gestorben. Jo. Noch ein Log? Ne, keine mehr. Ich würde es bei dem Gaming-Sign auch nicht irgendwo in der Nähe finden lassen. Warum sollte es auch? Es ist doch hier und ich habe es übersehen. Ah, stimmt. Ich vergaß. Schusselig, schusselig, schusselig. Schusselig, schusselig. Ne, ne. Das risiko ich nicht ein, danke. Security System offline. Gut. Das wäre irgendwie logisch, was würde sonst... Ja. Ja, genau. Aber hier geht es noch hoch. Ist hier ein Schild? Nö. Das ist doch erfreulich. Aber hier sind Spinnen. Ich höre hier Waren Spinnen. Also eine Spinnen zumindest. Hier sind mehr als eine Spinnen. Okay. Das ist der Öffig-Spinner. Der kann mich nicht machen. Kein Stress. Nein, Gift. Nicht Strahlung. Äh, Upgrade-Module, joa. Sind schön. Helfen mir jetzt nicht so viel. Aber danke. Ja, man soll sich immer für bei Gegnern bedanken, wenn sie irgendwas Sinnvolles droppen. Das würde sie sich öfter tun. Aber sonst scheint hier nichts für Interesse zu sein. Oder? Interlässt auch nichts, dass wir aber sehr vieles verstecken. Ja, das kann gar nichts sein. Und da scheint auch nichts zu sein. Nö. Nö. Okay. Also eigentlich nicht okay. Weil ich jetzt wieder durch die Gegend rennen darf. Äh, kann man hier vielleicht noch hoch auf die Dinger? Habe ich leid übersehen. Sieht nicht so aus. Ich kann irgendwie über die Ohre klettern. Ja, aber. Nö. Jetzt sei er für stark, dass das irgendwie gewünscht war. Nö. Leiter? Nein. Das war nur Kabel. Kabelschacht. Zusammen kann nicht einmal etwas einfach in diesem Spiel hier sein. Gut. Da war der Aufzug. Das heißt... Hier bist du. Oh, lebt zwei Schläge. Ui. Okay. So, und hier war dann... Er und hier Edmund? Paul Edmund. Genau. Ei. Oh, da ist vielleicht doch noch hier irgendwas, was ich übersehen habe. Nö. Ich weiß, sehr geistreiches Commentary hier. Tut mir auch fürchterlich leid. Aber. Ich hab grad nicht viel zu sagen. Außer... Dass ich mich sehr darüber freue, dass sich das Ganze nochmal so weiterentzieht, da der Chaot ja fehlt. Das ist immer falschrum. Hm. Ach komm, wo ich schon mal hier bin. Hi. Ach so, du bist kaputt. Äh. Rabotufer hier hat zwei sogar. Äh. Angenehm. Einfach mal durchs gesamte Deck nochmal laufen. Hier ist Maintenance wieder. Okay, an meinem Kreis. Kreislaufen ist immer sinnvoll. Aufzug. Hi. War ich hier schon? Nee. Ah. Stimmt. Hier war ja ein Turret. Komme ich hier irgendwo schon raus? Ja. Gut. Und da hinten sind Dinge. Äh. G? Nee, nicht G. B. Puh. Töten mal, dass wir es schnell genug wegbekommen, das Ding da. Äh. Psi wollte ich zwar nicht nehmen, aber... Ach. Ist auch jetzt irrelevant. Augsdeutsch war ich drin. Nicht? Ja. Na. Wollte ich die Slugs hier mal mitnehmen. Weiß nicht. Shocker and Shells. Das Lachs in den Dormalen gewesen. Äh. Okay. So wieder zurücklaufen und... Ach, wobei, komm, ich schieße das Ding einfach kaputt. Und... Ja. Ja. Armour-Pacing. Da war wirklich echt gelaunt. Das ist ja kein Modus hier. Ich würde gerne treffen. Danke. Wah. Ja. Ja, wenn du so stehen bleibst, ist... Wah. Nachladen. Gut. Das wird ja fast schon interessant hier. Mit Kugeln. Kugeln sind immer gut. So. Ist denn hier was von Interesse? Wollt vielleicht weniger Melee-Namen. Das ist Melee-Namen, ja. Toys for what's to attack hier. Äh, Reparat... Ja, super. Okay. Wenn nicht... Wo ist der? Weg? Gut, dann ist er weg. Hm, doch nicht. Weg. So, lass mich in Ruhe, verdammt. Okay, aber hier scheint definitiv nichts mehr zu sein. Wie irgendwie auch erwartet. Brauchst mal Batterie. Ha. Braucht nicht mehr zu tun. Einfach nur sterben. Das reicht mir schon voll und ganz. Tja, jetzt war ich mir umsinnvoll, aber wir haben nicht wirklich was geschafft. Äh. Granaten möchte ich nicht, danke. Maintenance shaft. Was? Wieso Maintenance shaft? Das sind die Orks durch. Ach, ich verstehe es nicht. Genau, hier muss ich erstmal reparieren. Oder ein Code finden. Kann ich der von euch irgendwie Simon-Nudel doppen? Wer so viel verlangt. Äh. Ah, ne. Okay, das sah aus wie eine Karte. Ja, ja, ja. Kein Scheiß. Wieder vollkommen entstrahlt. Ich bin davon minder verwirrt. Ah. Worte. Ich werde, glaube ich... Na, noch nicht. Ein bisschen was macht man noch. Ja, es ist immer noch Antiperson. Bäh. Noch sechs Kugeln. Äh. Was? Wirklich? Äh. Kann ich nicht reparieren? Nein. Hm. Ich bin vollkommen zen. Nicht irgendwie aufgeregt darüber, dass ich so schlecht bin. Und nicht auf meine Pistole achte. Äh. Hi. Kann ich und tue ich. Na komm. Shot. Hab's. Äh. Das wäre vielleicht Verschwendung, aber... Kann ich die nicht eigentlich auch übers Tastenfeld ziehen? Wollen wir speichern. Für den Fall der Fälle. Okay, es geht. Warum hacken? Ja. Warum nicht? Security Access Compromised. Security Access Compromised. Gut. Hat es mir irgendwas gebracht? Security Terminal. Ja, gut. Ich kann nicht auch schmecken. Oh. Aber auch nichts von... Wert. Nö. 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 Wenn hier eine Karte ist, dann ist es jetzt in mir alles wieder versteckt. Also bin ich jetzt unglaublich fes und schummel mich wieder zurück, sodass nie was passiert ist. Doch. Drei Shotgunschüsse wirklich? Wow. Gut. Dann betrachten wir es jetzt einfach mal als Filler-Episode und ich schaue auf Scree nach, ob ich irgendwo die passende Karte finde. Also bis zum nächsten Mal Hoffentlich mit etwas mehr Glück Ciao